Und die Meister des Universums! Ich bin Prinz Adam von Eternia, Hüter der Geheimnisse von Greyskull. Und das ist mein furchtloser Freund, Cringer. Die geheimen Zauberkräfte von Greyskull gehen auf mich über, wenn ich mein magisches Schwert in die Luft halte und laut ausrufe, bei der Macht von Greyskull! Ich habe die Zauberkraft! Cringer verwandelt sich dann in einen mächtigen, furchtlosen Kampftiger. Und ich werde zu He-Man, dem stärksten Mann des Universums. Nur drei andere Bewohner unseres Planeten teilen mein Geheimnis. Zu A, die Zauberin, der Waffenschmied und Orko. Gemeinsam verteidigen wir Schloss Greyskull gegen die bösen Mächte von Skeletor. Und ich werde das, die Zauberin kommt. Und ich werde das, Gernisfer! D Er ist verstand es. Langstone. Scheiße. Was tut du hier? Lass dich mit mir besser bilschern in der Bilortstadt? Du gehst einfach in der Taskbyon mit der Taskbyos-Bilortst. Du gehst mit auf. Aaaaaaaah!!!! Sohater... Beep. Beep. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.